Okay, wie das Ward funktioniert, wir haben hier ein Act Reward, ich mache Bone, diese Bone Curse und wenn wir mit dem Bay rüber gehen, konsumieren wir die Bone Curse, das ist ein Perk in dem Skilltree und bekommen dafür Ward und wenn ich halt über 65.500 Ward komme, dann Overcap das halt und wir bekommen sozusagen eine zweite Health Bar, wenn die runter geht, deswegen spinnt das mal hin und her, dann geht das wieder auf 0 und dann habe ich mal noch 65.000 von vorher, das sind die Aktion, weswegen ich so viel Ward erhalte, sind diese Skills hier in der Bone Curse, einmal hier unten, Bone Prison, mit Ossify und das Skipper mit Minion Life, was ich auf meinem Gear habe und dann haben wir hier Profane Veil, was die ganzen Sachen konsumiert, mir dann halt Ward gibt dafür, diese Sachen kommen vor allem über die Nosewehr-Skill, die uns halt hier eigentlich normale Minion Life geben, habe ich jetzt rausgeskillt, weil ich habe Body Armor, die gibt nämlich eine Menge mehr.